Ben, du bist DTM-Fahrer dieses Jahr für McLaren im Dörr Motorsport Team. Du bist dieses Jahr der jüngste DTM-Fahrer im Feld. Deine Leidenschaft für Motorsport und natürlich auch Autos, selber Mechaniker, richtig? Richtig. Genau. Du bist jetzt die letzten drei Tage mit uns hier auf der Automechaniker gewesen. Was hast du allgemein so für einen Eindruck von der ganzen Messe, vom ganzen Umfeld? Ja, es ist wirklich mega cool hier. Ich war damals schon mal hier, jetzt das zweite Mal. Ja, mega guter Eindruck. Viele Leute, sehr, sehr viele Leute, die für die Sache interessieren. Super viele Ausstellungsstücke, also für einen Kfz-Mechatroniker sehr interessant. Alles zu sehen, viele neue Produkte, Neuheiten. Was sagst du allgemein zum Thema Handwerk? Wie ist da deine Einschätzung? Gewinnt oder ist nach wie vor sehr viel Bedeutung im Handwerk? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, vor allem für die jungen Leute, es macht definitiv Sinn, eine Ausbildung zu machen. Also ich habe sie auch gemacht, bin sehr zufrieden damit. Ich glaube, dass der Handwerker auch ein goldener Boden sein kann, wenn man es richtig macht. Und man hat auch nach einer Ausbildung immer noch alle Möglichkeiten, was anderes zu machen. Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Start. Es ist noch ganz viel Erfolg in der Saison. Zwei Rennen stehen noch an. Und ich denke, ihr macht auch nächstes Jahr auf jeden Fall weiter. So sieht es aus, ja. Perfekt, danke dir.